Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen nach langer Abwesenheit zu einer weiteren Folge düstere Plausch sichten wie fast immer mit dem guten alten Lazy Luke schönen guten Tag ja Moin moin guten Tag wir waren ein bisschen verschwunden sind aber wieder da für die Patreons waren wir nicht verschwunden ich habe es tatsächlich in der ganzen Abwesenheit auch trotzdem geschafft regelmäßig auf dem Patreon Discord unterwegs zu sein und natürlich in diesem Sinne mal wieder der herzliche Dank an die Patreons und auch wie immer an alle die sich dafür vielleicht auch interessieren würden schaut in die Infobox dort findet ihr den Link zu unserer Patreon Seite wo ihr Mitglied werden könnt jetzt müssen wir natürlich uns kurz ein bisschen erklären eigentlich war die Ansage wir kommen mit einer Folge zurück in der es um Pavels und meinen kleinen Trip in ein eventuelles Hotspot Gebiet gehen sollte das ist leider spontan also wirklich am Tag vorher ausgefallen aufgrund von Krankheitserscheinungen auf beiden Seiten ich war eigentlich ich war gesund so viel kann ich sagen aber Pavel leider nicht und auch bei der Zeugin die wir besuchen wollten gab es da ein bisschen was so dass sich dann unterm Strich ergeben hat okay es wird verschoben also ich weiß gar nicht ob ich mich noch trauen soll das jetzt wieder so konkret zu sagen aber der Verschiebeplan ist dass wir noch vor Ablauf des Aprils dort vorbeischauen können und dann hoffentlich hoffentlich natürlich auch die entsprechende Sendung liefern also Leute sorry für die Falschauskunft sozusagen die war als ich sie gegeben habe halt noch richtig und dann kam das gute alte Leben dazwischen ja aber denkt immer dran Freunde der Sonne Zeit ist ein Konstrukt also da müsst ihr euch gar nicht so grämen es geht immer weiter ja das ja letzteres kann man unterschreiben es geht immer weiter wie sehr man sich auch eine Verschnaufpause wünscht leider ich würde ja nichts dagegen haben wenn man mal so kurzzeitig so irgendwie abdriften könnte in eine zeitlose Dimension wo man dann einfach mal die Seele baumeln lassen kann aber okay man kann nicht alles haben so viel habe ich bisher in meinen knapp wie alt bin ich denn hier 35 Lebensjahren schon gelernt habe ich glaube ich rübergequatscht und ich war gerade gespannt ob du das zusammen bekommst und habe genau in dem Moment rübergequatscht wie alt ich bin ja ich könnte mich auch verzehrt haben aber die grobe Richtung reicht ja aus so das nun aber zum vorgeplänkel wir sind jetzt heute also hier mit einer regulären Folge nicht mit einer Expeditionsfolge aber das soll der Sache keinen Abbruch tun denn ich habe ein bisschen was schönes gefunden wieder in den tiefen dunklen der Vergangenheit um es mal etwas reißerisch zu formulieren wir haben heute im Gepäck zwei Fälle von angeblichen Poltergeist Spuks einer aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und dann noch einen zweiten aus dem Ende des 17. Jahrhunderts aus dem deutschsprachigen Raum und dorthin werden wir euch heute entführen nicht wahr ja ich bin wieder beeindruckt von deiner ja Archivarbeit und war im ersten Moment so ein bisschen konsterniert jetzt wird mir auch Frakturschrift schon aufgetischt ich hatte kurze traumatische Rückerinnerungen in Seminare in der frühen aus der frühen Neuzeit wo ich mich da durchgekennst als du das geschrieben hast habe ich gedacht na perfekt genau das wollen wir doch ja das ist natürlich dich da freust du dich natürlich dran aber ich habe so ein bisschen ich hatte auch so ein bisschen perversen Spaß sagen wir mal da dran mich da reinzufinden wieder weil ich lese das ja nicht regelmäßig und dann lese ich das so die Frakturschrift dass ich sagen wir mal 80, 90 Prozent davon mitbekomme und die Wörter die dann also Eigennamen und so weiter wo es dann wirklich darauf ankommt die einzelnen Buchstaben zu entziffern da versage ich dann manchmal und jetzt da hatte ich schon scherzhaft schon geschrieben demnächst kommst du mit Sütterlin an was ich mal versucht hatte das Tagebuch meiner Oma aus Sütterlin zu entziffern das war für mich schiffriert sozusagen unfreiwillig unfreiwilliger Code ja das muss man halt einfach lernen wenn man es nicht zufällig noch aus irgendeinem Grund aus der Kindheit hat also unsere Großelterngeneration hatte es zum Teil ja noch ja wir natürlich nicht und ich finde das auch anstrengend habe es dann entsprechend an der Uni gelernt ist aber auch immer wieder eine Übungssache muss man sich immer wieder ein bisschen neu reinfuchsen ist dann ja auch muss man dazu sagen geht ja nicht nur um die Schrift sondern in der Praxis hat man dann da irgendwelche Dokumente die ein paar hundert Jahre alt sind zum Beispiel in der Hand da kommt dann oft auch noch hinzu dass Tinte verlaufen ist oder so die Strichführung dadurch ganz dick wird und dann macht es das natürlich auch nicht leichter mit der Entzifferung und dann als vielleicht sogar schwerwiegendsten Faktor natürlich auch noch einfach die Handschrift derjenigen Person es gab da Leute die haben wunderschön geschrieben das kann man easy lesen damit fängt man dann normalerweise auch Sütterlin Kurse wenn man sowas mal macht zum Beispiel an der Uni auch an logischerweise und dann gibt es aber natürlich auch Leute die nicht bei Ärzten starten ja genau gibt halt wie heute auch natürlich auch damals Leute mit einer Handschrift wo dann doch es irgendwann schwierig werden kann also hast du recht Sütterlin ist schon nochmal einen ganzen 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 Batzen anstrengender als Fraktur insofern gehe ich davon aus dass du sehr dankbar bist mir genau also die Eingewöhnung ging dann auch relativ schnell nach ein zwei Absätzen war man dann wieder so ein bisschen drin aber wie gesagt die Eigennamen die sind ja auch teilweise noch kulturelle Unterschiede die dann oder auch grammatikalische vereinzelt und ich hätte nicht gedacht dass ich mich dann mal so über auf einmal den Wechsel zum Französischen freue wo dann die die gewohnte Schrift sozusagen auftauchte und ich dann auch wieder erstaunt festgestellt dass das dann obwohl mein Französisch jetzt auch nicht total gut ist das dann wieder vergleichbar genauso lesen konnte da fehlte dann sozusagen diese ja die Fehler der Entzifferung aber dafür waren die sprachlichen Schwierigkeiten das kam dann irgendwie aufs Gleiche raus so gefühlt perfekt also eine durchgängig gleichbleibende Herausforderung das ist doch optimal ich habe mir gedacht heute ganz verrückt ich wende mich gegen alle meine Angewohnheiten und wir fangen mal an mit dem jüngeren Fall also quasi antichronologisch wenn man so will verrückt okay dieser Fall ich habe übrigens da brauchen wir jetzt keine Zeit mit verschwenden natürlich unten in der Infobox aufgeschlüsselt wo auch das alles herkommt dieser Fall hat sich soll sich abgespielt haben Ende des Jahres 1746 beziehungsweise Anfang des Jahres 1747 also in diesem Zeitraum und zwar in Konstanz und zwar genauer in einer Buchdruckerei eines Herrn Labart der auch in Konstanz Ratsherr war also kann man sich dazu denken der gehört sozusagen zur lokalen Oberschicht ich freue mich immer wenn man so das so konkret bekommt dann es gibt viele vergleichbare Geschichten ja würde ich sagen so im Kern auch als Volkssagen wo man dann diese konkreter oft nicht mehr hat aber hier können wir Ort und Personen sogar zum Teil ganz klar benennen das ist doch immer schön und interessant der Mann hat dort also eine Buchdruckerei und entsprechend auch Leute die da für ihn arbeiten Gesellen Buchdrucker Gesellen hat auch Familie mit dort im Haus leben so wie das da durchklingt und wie es auch für die Zeit normal gewesen wäre und ja da nun beginnt eine Seltsamkeit und damit kommen wir natürlich ins Spiel ja das es steigt schon so gut ein mit also ich habe mir ein paar Zitate schön markiert und ich fand diese Beschreibung dafür hat es sich allein schon gelohnt den Text zu lesen und das ist das erste Mal wo ich jetzt so ein kurzes Beispiel ich lasse es dann auch mit den mit den Beispielen zu Frakturschwierigkeiten wenn es dann die die Großbuchstaben und ja TH statt bei Tier und Mensch man kann es dann einfach aus dem Kontext heraus man liest es einfach trotzdem so weg aber es sind dann doch die die Beispiele wo es ein bisschen wo das Auge so ein bisschen hakt bei mir aber es ging dann also Mensch oder Tier sollen gesäufzt haben damit steigt es ein ja kleine Abwandlung muss man glaube ich noch machen man hat also aus dieser einer bestimmten Ecke dieses dieser Buchdruckerei hat man ein lautes Seufzen vernehmen können und zwar ohne dass ein Mensch oder ein Tier vorhanden war die diesen Laut verursachten also ich habe das jetzt so verstanden da ist ein Seufzen gewesen was vom Klang her dann offensichtlich einem Menschen oder Tier durchaus hätte ähnlich sein können aber eben der Vermerk sowas war nicht vorhanden ja so meinte das auch okay Entschuldigung ich hatte auch gerade einen kleinen Audioaussetzer vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden das hat aber noch eine interessante Komponente dieses Seufzen das ist der Auftakt und da wird extra vermerkt dass dieses Geräusch quasi gewissermaßen normal wurde also dass die Leute in der Druckerei sich nachher dran gewöhnt hatten und sogar drüber lachen konnten ist das nicht auch mal schön es wird ein Running Gag das Wort Running Gag wird hier leider nicht erwähnt aber die Azubis wie wir jetzt heute sagen würden die Azubis haben sich da sehr dran erfreut an diesem stetig auftauchenden Seufzen lautes Seufzen aber wie seufzt man denn laut habe ich mich auch gefragt man kann ja eigentlich kann ich kann man laut seufzen so ungefähr okay also so stelle ich es mir ungefähr vor es ist nicht beim Seufzen geblieben da würde die Geschichte jetzt vielleicht noch nicht so spannend sein und abbrechen aber so ist es eben nicht gewesen sondern es gesellten sich heftige Stöße hinzu ich finde den Bruch auch gut du musst einmal noch ganz kurz unterbrechen weil ha 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 es fängt lustig an und dann doch dann wurde die Sache ernsthafter und die Buchdrucker Gesellen bekamen sogar Schläge ins Gesicht da ist der Spaß dann vorbei richtig also es werden hier offensichtlich Backpfeifen ausgeteilt das mit den heftigen Stößen vorher kann man auch verstehen das muss nicht meinen heftige Stöße gegen Menschen im Sinne von Schläge das kann auch erstmal ein Gerumpel bedeuten so im Sprachgebrauch der Zeit aus meinem Gefühl heraus aber dann da wird es natürlich eindeutig Schläge ins Gesicht und sie mussten es dulden dass ihren Hüte und Kappen zur Erde geschmissen wurden also mit anderen Worten sie kriegten Backpfeifen und irgendwer schmiss ihnen die Kopfbedeckung vom Kopf ehrlich gesagt erinnert mich das hauptsächlich an Schulhöfe also ich bin natürlich man muss ja vorsichtig sein jetzt nicht Gewalt verherrlichen und das allgemein per se witzig finden Gewalt aber es wird halt so dargestellt ich stelle mir das so Bud Spencer mäßig vor es gibt links und rechts Backpfeifen und die fliegen die Hüte fliegen weg und dazu kommt so ein bisschen Musik italienische Musik im Hintergrund deswegen in meinem Kopf lief das so ab deswegen fand ich das sehr witzig ja also ich vermute mal dass man jetzt mal kurz ernsthaft gedacht also nimmt man mal an das passiert einem man bekommt aus dem nichts unsichtbarerweise eine Backpfeife ja da hätte ich da wäre ich dann schon mit bedient würde ich sagen aber man muss auch dazu sagen die Leute damals also heute würde man vielleicht sagen okay tschüss ich kündige das war damals alles nicht ganz so einfach also wir werden noch sehen dass sich der ganze Haushalt um dieses Problem herum sage ich mal irgendwie positionieren muss und das auch versucht und naja das Ergebnis werden wir auch sehen aber auf jeden Fall für mich war das interessant seufzen vielleicht könnte man Stöße auch als Klopfgeräusche interpretieren das sind so Geräuschphänomene sage ich mal ganz klassisch werden die berichtet von Poltergeistfällen und dann aber offensichtlich mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen dieser Umschwung ins durchaus direkt körperlich gewalttätige das hat man nun nicht bei jedem Poltergeistfall das ist nun auch nicht der einzige wovon sowas berichtet wird aber das ist schon nicht ganz unheftig möchte ich mal sagen ja kurzer Einwand sozusagen oder Nachfrage hast du für dich selbst eine eigene Meister-S-Stichprobe wie viel Poltergeiste aus allen Quellen aus allen Berichten die du so schon gelesen hast oder gesehen hast das ist da wie ist das Verhältnis von sozusagen böswillig oder neutral oder gut wohlgesonnen wenn es das überhaupt gibt weil ich habe ein bisschen in der allgemeinen Recherche zu Poltergeist gefunden das ist ja immer kulturell sehr unterschiedlich gesehen wird asiatischer Raum und manchmal wird es sehr wie der Trickster ein bisschen wie streichelmäßig so empfunden also neutral bis witzig und manchmal ist es immer ein ganz schlechtes oben hast du da eine allgemeine Stichprobe also zahlentechnisch kann ich da zahlen gar nicht dazu natürlich nicht liefern maximalen Bauchgefühl und grundsätzlich ist aber das was du eben gesagt hast glaube ich schon der Knackpunkt mein Eindruck ist das hängt hauptsächlich tatsächlich von der Interpretiergewohnheit der betroffenen Personen ab man muss auch gar nicht nach Asien gehen auch im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit wobei mein Eindruck schon ist dass das mit der Zeit etwas weniger wurde konnte man mit Poltergeist auch durchaus einfach einen Hausgeist sozusagen meinen der dann sogar eben wohlwollend sein konnte als Bereicherung empfunden wurde sozusagen und die Phänomene die beschrieben werden sind aber tatsächlich eigentlich immer sehr sehr ähnlich das mit den Backpfeifen ist schon ein bisschen was selteneres aber so dieses Gros der Phänomene Klopfen Dinge werden verstellt oder verschwinden Türen werden geöffnet und solche Sachen das sind die sind sehr sehr ähnlich meiner Erfahrung nach über die Zeiten hinweg aber eben wie regieren die Menschen da drauf da ist dann der Unterschied und ich habe schon ein bisschen das Gefühl dass zum Beispiel heute man dazu durch die eigene mediale Erziehung sage ich mal neigt sowas direkt sehr negativ zu interpretieren und halt Angst mit Angst zu reagieren weil man wahrscheinlich von Horrorfilmen und so weiter entsprechend geprägt ist auch natürlich so ein bisschen von dem christlichen ja Tendenz zur Ablehnung solcher Wesen als in jedem Fall in was auch immer sie sind nicht gut also da würde ich deine Frage kann ich nicht mit einer Zahl beantworten aber mein Gefühl ist es hängt sehr sehr stark davon ab wie die Leute reagieren wenn sie Angst haben und von vornherein irgendwie was tendenziell böses dämonisches hinter solchen Phänomenen vermuten dann wird das auch für sie entsprechend belastend werden und wenn sie da etwas neutraler sind gibt es auch mehr als genug Beispiele wo Leute mit solchen Phänomenen tatsächlich absolut sich arrangiert haben und zusammenleben können auch über Jahre also unser Beispiel hier mit den Ohrfeigen das ist natürlich fällt da ein bisschen raus gibt auch noch andere wirklich aggressive Dinge die berichtet werden da ist dann wahrscheinlich die eigene Interpretation relativ durch das Phänomen schon mitbestimmt weil Ohrfeigen als was Nettes interpretieren wird wahrscheinlich niemand so richtig machen aber das sind würde ich sagen eher die Ausnahmen ja aber du sagst also Stichwort christlicher Kontext das ist natürlich nicht nur in der frühen Neuzeit oft ein Ansatz aber auch sondern auch bei moderneren Fällen aber hier ist es dann auch der der nächste Schritt man berief einen Exorzisten oder mehrere das ist der richtig Versuch richtig es wird uns hier leider zuerst nicht genannt wie es wird nur der Plural Exorzisten genannt und dass es wenig Erfolg gibt wir kommen gleich später in unserem Bericht auch noch zu genaueren Sachen was wieder exorziert worden ist für mich war nicht ganz verständlich ob dieser Satz man berief zwar Exorzisten aber mit wenigem Erfolge als Zusammenfassung des noch kommenden gemeint ist oder ob es sozusagen noch andere Instanzen von Exorzisten sag ich mal gewesen sind die vorher da waren und die man jetzt nur nicht weiter erwähnte weil sie vielleicht nicht erwähnenswert waren für mich nicht ganz nachzuvollziehen aber auf jeden Fall man hat dann natürlich reagiert wie es relativ vermutlich üblich gewesen wäre wenn man denn da so ein Phänomen hat was auch tatsächlich Probleme bereitet und wie gesagt bei Backpfeifen braucht man darüber wahrscheinlich nicht mehr streiten man sucht sich Hilfe und im Grunde kommen da zwei große Gruppen in Frage und so ganz grob untergliedert und derer bedient man sich hier auch beider aber vielleicht bevor wir dahin kommen noch eben ein kleines Beispiel wie man sich das noch so vorzustellen hat es blieb nicht unbedingt bei Backpfeifen es geschahen auch mehr Arbeitsmaterialien wurden gegen Fenster geworfen Personen wurden mit Steinen beworfen übrigens auch einer der ganz großen Klassiker sag ich mal der Poltergeist Phänomene und auch übrigens der Bigfoot Berichte auch da findet man das häufig dass Leute in der Wildnis aus dem Nichts sozusagen mit Steinchen beworfen werden zum Teil sogar mit großen Steinen die Leute versuchen nun aus Ecke des Gebäudes wo diese Vorfälle kommen sich zurückzuziehen gewissermaßen also das Problem im wahrsten Sinne des Wortes zu umgehen aber es nützt nichts man besprengt ja zurückziehen ich finde das ein bisschen das ist auch ein bisschen faul von den Drucker Buchdruckgesellen sich einfach nur in die Mitte des Zimmers zu begeben und zu hoffen dass es dann aufhört und Punkt zwei mit Steinen beschmissen das muss man heutzutage natürlich auch erstmal muss man einen Stein finden also wenn ich mich hier so umgucke und in der total zivilisierten Welt wo liegen schon mal gute schöne Steine rum das ist findet man heute nicht mehr da muss sich der Poltergeist vielleicht an anderen Sachen behelfen ja kann das kann sein fällt mir jetzt kein gutes Beispiel so spontan zu ein aber man kann schon mit allerlei beworfen werden aber meiner Erfahrung nach sind es schon auffällig oft kleine Steinchen oder auch Kiesel die beschrieben werden so ich hab würde fast sagen da scheint ein ein wie sagt man eine gewisse Vorliebe eventuell für da zu sein aber keine Ahnung hier erfahren wir jetzt nicht weiter Steinchen was was noch erwähnenswert ist man macht man kann es richtig schön sehen es wird eigentlich recht rational reagiert man eskaliert sozusagen so die Maßnahmen scheinbar nach aufsteigendem Aufwand man besprengte sich und das Zimmer mit Weihwasser man bewaffnete sich mit Degen um falls es ein fleischerner Geist wäre wie es hier so schön steht den entsprechend angehen zu können das ist natürlich ein interessanter Punkt man könnte das hier auf zwei Weisen verstehen entweder das hier das hat man damals durchaus auch schon so ein bisschen mit der Sprache gespielt gemacht mit fleischendem Geist meint man dann einen Menschen der schabernack treibt das wäre die eine Interpretation oder die Leute vor Ort gehen einfach von zwei verschiedenen Arten übernatürlicher Wesen aus wovon eine auch eine physikalische Komponente hat das wäre dann die zweite Interpretation erstere würde ich erstmals als naheliegender empfinden allerdings hier nicht denn es ist spielt sich in einem offenbar überschaubaren Raum ab und wenn das nun ein Mensch im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen wäre der nur Unfug treiben will ja den würde man sehen während er einem eine Backpfeife verpasst also insofern glaube ich nicht dass es auf diese Idee abzielt ja aber man besprühte sich selbst und das Zimmer mit Weihwassers das fand ich man ist sowieso ganz gewitzt man streut Sand aus auch das natürlich bis heute ein Klassiker wenn man unsichtbaren Wesen auf die Spur kommen möchte aber man findet eben nichts unterm Strich jetzt kommt etwas in die Geschichte rein was auch was ich auch echt interessant finde und was gerade bei älteren Geschichten von ich sag mal Spuks welche Art auch immer gerne mal auftaucht bei neueren in meinem Gefühl nach weniger aber was sie hier nämlich jetzt machen einer der Exorzisten die man offensichtlich gerufen hat aus der Ecke des Zimmers wo das ganze offensichtlich sein Epizentrum hat ein Brett von der Wand entfernt und dort ein Loch in der Mauer gefunden so und was ist in diesem Loch in der Mauer jetzt wird es natürlich richtig schön creepy in Anführungsstrichen ja eingewickelte Beine also da sind Haarnadel wobei ich auch immer nicht genau weiß was exakt ist eine Haarnadel in dem in dem Zeitalter einfach nur so eine lange Nadel so eine Duttnadel weiß nicht ob man sie wirklich so nennt aber so muss man sich das vorstellen keine Spangen im klassischen Sinne sondern eher so eine wirklich lange Nadel genau wir haben hier ein ja man könnte was sagen ein Zauberpäckchen gepackt Knochen Haarnadeln Glasscherben alles Komponenten die so in der Volksmagie durchaus eine Rolle gespielt haben ein Päckchen was wenn es denn wirklich so gefunden worden ist wahrscheinlich nicht durch Zufall in dieser Zusammensetzung entstanden ist möchte ich sagen ja ist schön zusammengepackt also es wird jetzt nicht so dargestellt als wenn das irgendwie wahllos sozusagen da zusammengesucht wird von dem Exorzisten sondern das ist eingewickelt in ein Tüchchen richtig also aus meiner Perspektive ganz klar ein Hinweis auf magische Handlung man hatte jetzt ich denke mal wenn man in so einer Situation sowas findet wie gesagt wir können es nicht nachprüfen wir setzen es jetzt einfach als Gedankenexperiment voraus auch wenn klar ist das muss nicht so sein aber wir gehen jetzt davon aus man hat das dann so gefunden da war man sicherlich froh weil dann denkt man natürlich okay das kann jetzt kein Zufall sein aus dieser Ecke kommt der Quatsch in Anführungsstrichen in dieser Ecke finden wir dieses ganz offensichtliche magische Präparat sage ich mal damit haben wir also die Quelle des Ganzen gefunden und können es jetzt ausradieren und was wir dann machen ist auch geradezu lehrbuchmäßig man versucht solche magischen Dinge dann mit Hilfe von Feuer zu neutralisieren mit Feuer und Segnung um genauer zu sein also erst segnen dann verbrennen ja wobei man schon die Einschränkung geben muss dass der Priester oder der Exorzist der das sozusagen hier vornimmt dieses Ritual das Feuer entzündet und dann sozusagen die Anweisung gibt aber auch abhaut also der sagt dann so okay jetzt mein Job ist erledigt der muss nach Hause das fand ich sehr gut also er haut ab und denkt ja jetzt geht ja alles seinen Gang verbrennt den Scheiß mal und wir sehen uns morgen und dann checke ich nochmal ob alles gut gelaufen ist das weckt gewissermaßen so eine richtig lebendige Szene so nach dem Motto er findet das und natürlich muss man sie auch so vorstellen in seiner Weltsicht ist das ja auch so natürlich ist damit die Sache klar also gar keine Frage das macht ihr jetzt und ich hab das Problem gelöst tschüss schönen Tag noch also man kriegt hier auch das liebe ich natürlich auch immer an solchen Quellen und solchen Geschichten so kleine Einblicke in den Alltag früherer Zeiten auch ins Denken früherer Zeiten zumindest indirekte Hinweise finde ich immer mega spannend sowas das Problem an der Geschichte jetzt als man den Plan ausführen wollte den der Exorzist dort gegeben hat ergab sich ein weiteres Phänomen nämlich dass die Haarnadel sich ja dreimal sozusagen aus dem Feuer heraussprang wieder reingepackt werden musste mit einer Zange entsprechend weil es heiß war und derjenige der diesen Job des Wiederhereinpackens hatte es wird nicht erwähnen wer das war dann auch dabei immer jeweils wieder eine schöne Backpfeife kassiert hat unsichtbare Art herausspringen aus dem Feuer dreimal drei ist natürlich auch eine magische Zahl kein Zufall also hier ist sozusagen der die Erkenntnis würde ich sagen die Magie die hier wirkt ist stärker als die Antimagie des Exorzisten an der Stelle ja und das genau damit hört es sozusagen auf beziehungsweise es wird dann einige Tage danach etwas ruhiger es wird auch nicht gesagt wie das dann aufgelöst wird die Szene ob sie einfach irgendwann aufgegeben haben das wieder zurückzuschmeißen auf jeden Fall wird es ein paar Tage etwas ruhiger und dann beginnt der Tumult Zitat aufs Neue und es gibt hier auch das schöne Wort Backenstreichen also die Leute wurden mit Steinen beworfen und schön mit Backenstreichen misshandelt ist das Zitat richtig so arg wie zuvor also keine Besserung durch die magische Handlung an der Stelle es wird sogar noch eigens erwähnt dass der Hausherr selbst eine eine starke Wunde am Kopf bekommen hat also wenn man die vorher gelesenen Sachen liest dann würde man wahrscheinlich am ehesten vermuten von dem geworfenen Stein Platzwunde vielleicht also von Backpfeifen eine starke Wunde am Kopf zu bekommen das schon schwieriger also da muss schon irgendwie direkt ein Schlag auf den Kopf gehen tendenziell würde ich sagen von daher die Steine könnten es gewesen sein und dann auch noch sehr unterhaltsam zwei Gesellen die haben in einem die haben geschlafen in einem Bett zusammen das ist jetzt übrigens in der Zeit auch nichts ungewöhnliches das hat man einfach aus Platzmangel tun müssen zum Teil und auch zur Wärmespeicherung sozusagen übrigens stelle man sich mal vor alle die heute die vielleicht jetzt gerade zuhören und Geselle sind stellt euch mal vor ihr müsst auf der Arbeit schlafen und auch noch mit einem anderen Gesellen im Bett voll nervig aber okay war damals so darauf wollte ich nicht hinaus sie haben also in diesem Bett geschlafen und wurden dann Zitat über sich gekehrt und auf den Boden geworfen also mit anderen Worten jemand hat das Bett umgekippt in dem sie lag also schon einfach hier wer oder was auch immer hinter diesem ganzen Vorgang steckte auf jeden Fall echt handgreiflich wobei das zu der Punkt an dem ich denke ja wenn ich jetzt einer von diesen lass es sagen wir mal eine Handvoll Gesellen sein ich weiß nicht wie viel üblich in so einer Buchdruckerei denn da am Werkeln waren lass es mal eine Handvoll gewesen sein oder so dann wäre ich einer derjenigen die dann irgendwann einfach aus halb aus Verzweiflung halb aus irgendwie ja Antrieb das Ganze noch zu befeuern würde ich natürlich dann die meine Streiche damit einmischen und würde dann irgendwie auch nachts die Leute stören weil dann fällt es ja eh nicht mehr auf dann könnte ich ja schabern das stimmt das stimmt ist ja sowieso immer so ein Problem mit Poltergeist Geschichten je mehr Leute vor Ort sind desto größer sind natürlich zumindest theoretisch auch immer die Möglichkeiten irgendwie Betrug zu fabrizieren ja da wir den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte eh nicht prüfen können soll uns das aber an der Stelle nicht stören summa summarum war das Ganze jetzt so schlimm dass man im Grunde das Haus in der Nacht nicht mehr nutzen wollte oder konnte gefühlt mit anderen Worten das war schon eine richtige Einschränkung es ist also immer am Abend ein jeder und eine jede die in diesem Haus irgendwie tätig waren oder gewohnt haben rausgegangen der Labert hatte vielleicht noch irgendwie ein anderes Haus weiß ich nicht wird leider nicht gesagt und einmal begab es sich dann dass eine Markt noch Wäsche holen sollte was vorher vergessen wurde mitzunehmen aus dem besagten Haus sie sollte es also dort abholen offensichtlich nachts und wurde dafür von zwei Gesellen wiederum begleitet und das Spiel wiederholte sich sie waren im Haus das Steinewerfen ging los und zu guter Letzt wurden die beiden Begleiter dann offensichtlich auch noch über die Türschwelle hinausgeworfen mehr oder weniger also das klingt schon nach echt sehr sehr viel kann mir auch vorstellen dass der eine oder die andere jetzt vielleicht sagt na das klingt mir zu sehr nach einem Poltergeist Film das ist doch Fiktion ja ist natürlich absolut möglich aber muss nicht sein meiner Meinung nach es ist auf jeden Fall der Zeitpunkt erreicht wo ein erfahrenerer sozusagen Exorzist gerufen wird ein Dorffahrer mit einem ja Ruf eines frommen Mannes Zitat und der macht sich jetzt sozusagen daran sein Glück zu versuchen und es wird nicht im Detail beschrieben was was dann noch was er anders macht als erfahrener Exorzist oder hast du da was genau ein genaueres nee das wird tatsächlich leider nicht beschrieben überhaupt nicht nur dass er mehrere Tage am Werk ist allerdings ohne Erfolg und klassischerweise schiebt er diesen mangelnden Erfolg dann auf den Unglauben der Hausbewohner sicherlich auch nicht das unüblichste Verfahren wenn wenn die eigenen Exorzismus Kräfte mal versagen und dann auch ein sehr schönes Zitat sie dachten den Teufel durch den Teufel zu vertreiben also fight evil with evil jetzt holt man den guten alten Schafrichter auch ein Beruf der heutzutage nicht mehr so en vogue ist sag ich mal aber zumindest in so einem breiten Grad und dazu muss man vielleicht ein bisschen was sagen wir haben es vorhin schon angedeutet zwei größere Gruppen kann man so ganz grob aufmachen die sich mit solcherlei Fragen auch in der Praxis beschäftigt haben damals die man also bei solchen Fällen heranziehen konnte die erste Gruppe haben wir eben schon gehört das sind natürlich die geistlichen die sind könnte man vielleicht sagen in der Wahrnehmung der Zeit dann zumindest bei den beim einfachen Volk in Anführungsstrichen die prädestinierten Leute für solche Tätigkeiten also vielleicht die guten in Anführungsstrichen und du hast eben das schöne Zitat genannt es gibt aber eben noch andere Leute die nicht aus dem Umkreis der Kirche kamen denen man aber traditionell sozusagen im Volksmund magische Fähigkeiten in verschiedensten Formen und Richtungen zugeschrieben hat und das sind interessanterweise mehrheitlich Gruppen die so ein bisschen marginalisiert waren in der Gesellschaft also ein bisschen am Rande der Gesellschaft standen dazu gehören zum Beispiel Scharfrichter also Henker dazu gehörten Abdecker Leute die Tierleichen verwerten entfernen und verwerten also abholen und verwerten dazu gehörten Schäfer die auch oft am Rande sozusagen des Ortes lebten dazu gehörten sowieso alle mehr oder weniger tendenziell erstmal die mobil unterwegs waren also nicht sesshaft waren das heißt also sowas wie Kleinhändler Krämer in Anführungsstrichen Zigeuner und so weiter und so fort also alles was anders war in Anführungsstrichen am Rande des normalen stand galt gewissermaßen als potenziell zauberfähig könnte man vielleicht sagen nur dann natürlich eben oft mit einem eher negativen Drall auch deutlich also vor denen hatte man Angst man hatte zum Beispiel zum Teil auch Angst vor Bettlern dass die magische Fähigkeiten haben und einem wenn man nicht mildtätig ist sozusagen danach verfluchen gewissermaßen solche Geschichten das hat natürlich auch alles zum Teil Anklänge in realen Erfahrungen gehabt jetzt mal von der Praxis der Magie die natürlich auch betrieben wurde also es ist nicht nur so dass die sesshafte Bevölkerung das den anderen zugeschrieben hätten und die haben würden sagen davon habe ich noch nie was gehört zum Teil wurden ja auch mit Absicht sozusagen magische Praktiken betrieben und auch als Dienstleistung angeboten das war auch ein Geschäft natürlich also funktioniert alles in beide Richtungen muss man sich das vorstellen die einen schreiben es zu die anderen machen es aber zum Teil auch und gerade bei Bettlern gibt es natürlich auch noch Geschichten wie naja es waren Zeiten da gab es sehr viele Bettler vor allem auch im 18. Jahrhundert später und es ist natürlich auch immer mal wieder Aufeinandertreffen von Bettlern und sesshaften Leuten gekommen Überfälle Streits also in beide Richtungen muss man dazu sagen auch Bettler wurden totgeschlagen von sesshaften oder andersrum oder aus Rache weil eine Almose nicht gegeben wurde wurde dann mal der Hof angesteckt und solche Geschichten also das hat es alles reichlich gegeben es war nicht der Normalfall aber es war eine Realität vor der man natürlich auch schon irgendwo Angst hatte auch wenn es jetzt nicht so war dass das ständig vorgekommen ist tatsächlich eher Ausnahmen aber dennoch sie sind vorgekommen naja und so bewegte sich eben alles aus den eben genannten Bereichen sage ich mal gerne automatisch in einer gewissen zwielichtigen Wolke von außen gesehen und ja so ist dieser Kommentar zu verstehen man versucht jetzt also den bösen Geist in Anführungsstrichen mit schwarzer Magie nachdem die in Anführungsstrichen weiße Magie der Kirchenleute nach gebildetem theologischen Verständnis hat das gar nichts natürlich mit Magie zu tun da die Theologie aber in der Volksvernehmung dann eben schon nachdem das versagt hatte versucht man es jetzt eben mit der dunklen Seite der Macht ja zusammengefasst hier auch wieder ein schönes Zitat dass sie sich den Ruf erworben hatten dass etwas mehr dann oder als sozusagen gemeine Brotesser wäre ja also keine normalen sterblichen ja und da Funfact an der Seite ich wusste noch nicht dass Schäfer sozusagen auch an dem Rande der Gesellschaft ja klar also platztechnisch aber dass sie sozusagen auch irgendwie anders beäugt wurden das war mir noch nicht klar das erinnert mich an ein Funfact dass ich dahin richtet und sich dann auch vielleicht irgendwann um Menschen kümmert weil er schon so gut mit dem Beil umgehen kann das noch mal so aus der Reihe Lazy Luke als kleines Kind aber mittlerweile sehe ich das R hier ganz deutlich ja das ist auch übrigens für mich persönlich ein höchst spannender Bereich denn da sind wir tatsächlich in dem was man Volksmagie nennen könnte und darüber gibt es weniger Aufzeichnungen naturgemäß als über die Magieform in denen man sich in gelehrten Kreisen verstärkt beschäftigt hat in gelehrten Kreisen hatte man logischerweise die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben und dementsprechend wurde da dann auch sowas notiert und weitergegeben und so weiter und so fort da wissen wir einfach mehr drüber als über diese Leute in der Volksmagie die konnten in der Regel nicht lesen oder schreiben und hatten auch überhaupt keinen die wären wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen warum man das machen sollte während zum Beispiel der Gelehrte da vielleicht was aufschreiben wollte um es eben auch seinen Fachkollegen zur Verfügung zu stellen und so weiter und so fort also eine ganz andere Kultur zu 99,9% mündliche Kultur an der Stelle und dementsprechend wissen wir natürlich verhältnismäßig wenig darüber als Historiker freuen uns aber natürlich dann entsprechend auch umso mehr über jeden kleinen Einblick den man da so bekommt also hier bekommen wir jetzt nicht so wirklich viel Einblick außer dass es sowas gegeben hat aber ich meine immerhin ja und da unterscheidet sich jetzt bei dem Versuch dieser Scharfrichter zum Beispiel oder des Scharfrichters dass dahingehend dass sie schon bevor sie das Haus überhaupt erreicht haben schon belästigt werden das fand ich auch erwähnenswerten Fakt hier an dieser Stelle richtig sie wurden tüchtig abgebläut wie es hier steht also mit anderen Worten mit blauen Flecken versehen also mit anderen Worten das übernehme ich auf jeden Fall meine Alltagssprache dass ich mal jemanden richtig abbläue wenn er auf den Sack geht ja ja die wurden also direkt begrüßt mit Steinen und ähm tja wie ist das zu verstehen weiß ich natürlich auch nicht vielleicht noch ein Wort selbst wenn wir jetzt natürlich nicht wissen ob diese Geschichte sich so zugetragen hat wie es jetzt hier in diesem Dokument steht selbst wenn man das nicht weiß über den Einzelfall kann man natürlich trotzdem aus solchen Texten zumindest in zweiter Instanz sozusagen herauslesen was den Zeitgenossen denn als wahrscheinlich oder normal sozusagen in Anführungsstrichen vorgekommen ist auch wenn der Begriff jetzt bei unserem Thema vielleicht ein bisschen seltsam erscheint aber dennoch wenn man so selbst wenn man Lügen zusammenzimmert macht man das ja normalerweise in einem gewissen kulturellen Rahmen in dem das Lügengebäude dann eben auch einen Sinn hat verankert werden kann inneren Sinn ausstrahlt das vielleicht nur noch mal als kleine Überlegung selbst wenn man nicht weiß sagt mir der Einzelfall jetzt hier wirklich was über den Einzelfall verlässlicherweise aus gibt er einem aber dennoch kleine Nebeninfos sozusagen über das was in der Zeit wahrscheinlich üblich gewesen ist und als ja unmittelbar verständlich erscheint ich hoffe das war jetzt nicht zu theoretisch aber ich dachte das könnte man eigentlich an der Stelle mal gut einspielen ja die also die scheitern auch aber es gibt hier dann auch noch die dritte ich weiß nicht ob du darauf noch eingehen wollt ist die dritte mehr oder weniger die dritte Partei die Quacksalber wer würde dann noch hinzugerufen werden in solchen das sind dann ist da verstehe ich jetzt eher sozusagen Leute die schon so ein bisschen in Richtung ja ja ein frühe frühe Apotheker sozusagen das ist für mich der Quacksalber ja also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit könnte auch hier sozusagen der Quacksalber so aus im weitesten Sinne aus dem Milieu der nicht sesshaften Stamm man muss sich klar machen dass es in der damaligen Zeit auch im 18. Jahrhundert noch nicht so eine wirkliche ärztliche Versorgung auf dem Lande vor allem gegeben hat das heißt die Menschen hatten tatsächlich auch einen Bedarf an ich sag mal heilerischen Dienstleistung und der wurde dann auf unterschiedlichste Weise gedeckt das betraf auch nicht nur die Menschen selber sondern zum Beispiel auch ihr Vieh da muss man sich auch mal klar machen Tierarzt gibt es heute der kommt sofort gab es damals natürlich nicht also es gab dann Menschen die übers Land gezogen sind und entsprechend Arzneien angeboten haben für Menschen für Tiere es gab Menschen die darauf spezialisiert waren zum Beispiel Zähne zu ziehen oder andere kleine chirurgische Eingriffe zu machen also in dieser Gemengelage wird das zu verankern sein ich kann es jetzt hier natürlich weil es einfach nicht näher beschrieben ist nicht on detail sagen aber ungefähr in diesem Bereich wird man sich das vorstellen müssen dass die Person daraus gekommen sein wird ein schöner Ausdruck aus den Quellen aus dem 1800 ist für diese Tätigkeit auf dem Lande herumkurieren also damit meinte man sie haben Kuren verkauft also mit anderen Worten Arzneien verkauft wie gesagt nicht nur für Menschen auch für Pferde und zum Teil absurd mit absurden Zusammensetzungen aus heutiger Sicht ja aber gut das ist Medizingeschichte das ist auch interessant aber dass das so eine richtige moderne Medizin entstanden ist wie aus heutiger Sicht sinnvoll sage ich mal moderne Medizin das hat dann tatsächlich erst im 19. Jahrhundert so richtig stattgefunden oder ist angelaufen okay hast du hast du hier wir sind schon sozusagen kurz vor Ende des Berichtes hast du dir die Mühe gemacht und Salomon Emmerich nochmal recherchiert der hier namentlich erwähnt wird als jemand der es besonders getroffen hat und ordentlich geblutet nein das Buchdrucker Geselle habe ich tatsächlich nicht warum wird dieser Name so hervorkommen das fand ich ein bisschen seltsam aber gut das kann ich mir vorstellen könnte überlieferungsbedingt sein also ich vermute mal dass diese ganze Geschehnisse zunächst als mündliche Geschichte im Umlauf gewesen sein wird und dann irgendwann aufgeschrieben die Publikation von der wir das jetzt haben stammt aus dem Jahr 1792 das heißt da ist das ganze schon fast schon über 40 Jahre alt es könnte also vielleicht sein vielleicht als die Geschichte das erste Mal erzählt wurden vielleicht wurden da alle drei oder vier Gesellen namentlich genannt und das ist dann alles mit der Zeit und der weiteren Tradierung so ein bisschen in Vergessenheit geraten und vielleicht hatte man dann am Ende nur noch einen Namen den man aufschreiben konnte aber ist nur eine Vermutung manchmal sind die Dinge auch einfach ein bisschen willkürlich muss man auch sagen also und wie du feststellen würdest nehmen wir mal an der Name würde jetzt nochmal auftauchen in dem Bericht dann bestünde schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit sag ich mal von 50 bis 60 Prozent dass er anders geschrieben ist selbst in einem Dokument von einem Autor wird dann eine Eigname gerne auch mal unterschiedlich geschrieben alles gar nicht ungewöhnlich also solche Dinge gehen dann auch einfach leicht und schnell verloren aber definitiv beantworten kann ich es hier nicht wäre jetzt nur eine auf Erfahrung basierende Überlegung sag ich mal so ich habe ihn natürlich gegoogelt und eines der wenigen Ergebnisse das dann kommt ist tatsächlich dieser Text also sehr gute alte Zirkel Schluss ja also ich habe das ehrlich gesagt gar nicht erst versucht bei Gesellen bei einem Buchdrucker Gesellen ist die Wahrscheinlichkeit dass man da noch mehr zu findet also außer man betreibt echt Aufwand auch vor Ort ist sehr gering aber vielleicht wurde er auch einfach namentlich genannt weil er am Fuß so heftig verletzt wurde dass er blutete häufig und das klingt für mich schon nach einer ja mindestens mittelfristigen Angelegenheit sozusagen vielleicht ist das der Grund dass er eine besonders schwere Verletzung innerhalb dieser ganzen Geschichte bekommen hat die die besonders schwere Verletzung des Haushähren wurde ja auch eigens erwähnt also das würde auch ins Bild passen ja klar das wird in dem Moment wird er deswegen erwähnt aber keine weitere Besonderheit die ich ausmachen konnte nur dass die die den Text dann lesen damals die Zeitgenossen falls sie dann lesen konnten dachten oh Gott ja stimmt der Salomon den hat es da übel erwischt und dann noch interessant auch eine zweite Sache die ich gegoogelt habe hier wird explizit erwähnt dass das Ganze dann andauerte bis zum 8. Februar wo es auf einmal ruhig war und dann habe ich geguckt okay was ist am 8. Februar noch weiter passiert aber ich habe nichts übersehen dass es irgendwie ein besonderes Datum ist oder sprich dir sofort irgendwas in den Kopf wäre mir jetzt nicht bekannt also es gibt bestimmt eine Reihe von interessanten Dingen die am 8. Februar passiert sind aber nichts was ich jetzt ad hoc irgendwie kein regelmäßiger christlichen Kalender sozusagen das meinte ich zuallererst nee wird der Tag wird irgendeinem Heiligen zugeordnet sein aber wüsste ich jetzt tatsächlich spontan nicht kann man ja nochmal nachschauen und gegebenenfalls beim nächsten Mal wenn wir Poltergeister aufgreifen nochmal drüber reden was wir noch kurz erwähnen sollten der jetzt nochmal berufene Exorzist der macht jetzt auch was sehr sehr eigentlich erwartbares für die Zeit also für einen solchen nicht für einen geistlichen Exorzisten aber für einen solchen aus der Volksmagie denn der packt jetzt selber ein kleines Päckchen zusammen mit Quacksalbereien wie es ja heißt und packt es in das vorhin erwähnte gefundene Wandloch und ist auch sehr davon überzeugt dass das jetzt helfen müsse also dass Herr Labert quasi wieder einziehen kann und deswegen bin ich da jetzt gerade drauf gekommen als sie das dann nämlich gemacht haben also sie haben sich überreden lassen dann direkt wieder einzuziehen und dann ist das dem Herrn Emmerich da passiert was du eben erzählt hast also mit anderen Worten direkt wieder so ein kleiner Schlag auf die Patsche Hand sag ich mal ihr kriegt das hier noch nicht zurück könnte vielleicht die Botschaft sein ja also der auch der Zauber Banner aus der von der dunklen Seite der Macht in Anführungsstrichen hat hier letzten Endes versagt und als er dann nochmal hinzugezogen wurde um sich davon zu überzeugen hat er auch entsprechend einen kleinen Steinregen und Rippenstöße bekommen also mit anderen Worten hat er dann wohl auch selber denke ich mal einsehen müssen dass das nicht hingehauen hat ja ich bin nur enttäuscht dass es da keine Signifikanz gibt beim Datum ich bin immer auf der Suche so wie in der postmodernen Literatur da Zeichen zu finden vielleicht ist das ja so nur dass ich das jetzt nicht weiß heißt ja nicht dass das nicht so ist also ich habe recherchiert einen kleinen kleinen spannenden Bogen jetzt wirklich total konstruiert das einzige was ich gefunden habe 1746 8. Februar Susanna Margareta Brandt deutsche Markt und Kindsmörderin Vorbild für das Gretchen in Goethes Faust wird geboren aber Leute das ist nicht zufriedenstellend ja nee nee was was ich noch erwähnenswert fand dass der Text eigens erwähnt dass auch außenstehende Leute sozusagen das Phänomen erlebt haben also nicht nur Leute die zum Hausstand gehören wir haben ja schon oft die Theorie gehört dass solche Poltergeist Phänomene von den Leuten oder von manchen Leuten selbst unbewusst ausgelöst wird natürlich Walter von Lucadou als Referenz für diese Idee obwohl er nicht der einzige ist und es fällt eben auch auf dass tatsächlich junge Menschen häufig involviert sind beziehungsweise noch konkreter besonders häufig junge Mädchen in der Pubertät in der Pubertät und dass sich das Geschehen dann oft auch sozusagen auf sozusagen rückblickend irgendwie psychologisch sinnvoll manchmal verhalten hat oder auch auf Personen dann entsprechend bezogen hat die für diese Fokus Person auch eine Rolle gespielt haben deswegen hier vielleicht noch interessant besonders der Hinweis dass auch außenstehende sozusagen direkt betroffen waren es wird von einer Verwandten des Herrn Labert gesprochen die zu Besuch war und dermaßen traktiert wurde dass sie quasi unter Schlägen aus dem Haus floh und dann sogar noch bis zur Hausgrenze quasi weiter geprügelt wurde es es werden bürger erwähnt die offensichtlich aus neugier hier steht es auch so schön ich liebe die alte sprache manchmal die aus bloßem triebe des vorwitzes dahin gekommen waren also mit anderen worten die waren neugierig und wollten sich das unbedingt angucken das war also quasi Meister S Junior Junior der unbedingt sehen wollte was abgeht waren ja sogar zwei waren also Meister S und Lazy Luke Junior und ja auch sie wurden halt entsprechend behandelt ein letzter auch unbekannter der das nicht glauben wollte und es sich überzeugen wollte wurde direkt beim eintreten in das Haus mit Wasser begossen das erwähne ich jetzt noch weil es abweichend ist vom Muster leider wird es nicht näher beschrieben aber also das könnte jetzt ja einerseits bedeuten dass vielleicht oben irgendwo ein was weiß ich ein Eimer mit Wasser aus einem Grund auf dem Balken stand und der wurde von Geisterhand umgekippt aber es könnte natürlich auch bedeuten dass aus dem Nichts Wasser auftauchte und auf den man herabfiel hat man alles schon gehört Regen im Haus und solche Sachen also wäre beides im Rahmen des Bekannten aber zumindest für diesen Fall was besonderes denn hört es einfach auf und mehr erfahren wir nicht ja schreibt in die Kommentare nachdem ihr recherchiert habt was am 8. Februar so passiert und auch speziell am 8. Februar 1746 oder 1747 wenn ich das jetzt ein Jahr zu früh gesetzt habe weil es geht ja um den Jahreswechsel oder nicht das müsste dann 47 gewesen sein auch noch den Fehler begangen okay na gut dann schreibt in die Kommentare was ihr da gefunden habt auch mal kleine Meister S Recherche anstellen ja ja der spuk hört einfach auf scheinbar ohne grund oder wir erfahren ihn zumindest nicht man hätte oder ich hätte gerne noch mehr gewusst über den Haushalt natürlich vor dem Hintergrund der eben geschilderten Fokus Person Theorie denn tatsächlich hat man da damals ja in der Regel tatsächlich unter einem Dach einfach zusammen gewohnt da wird der Herr labert womöglich noch eine Frau gehabt haben Kinder gehabt haben wird leider alles nicht genannt hätte man sich dann eventuell noch einen Reim draus machen können aber haben wir an der Stelle nicht trotzdem finde ich ein interessanter Fall hat mich sehr gefreut als ich den gefunden habe ja auf jeden Fall sehr auch schön schön bildlich beschrieben also auch von literarischem Wert aber ich habe das dann mal gleich mal abgeglichen um mich mal wieder mit so einer Übersicht zu versorgen was wären potenzielle Erklärungsansätze bin ja natürlich dann auch geneigt das mal gegen zu checken und da ist auf der paranormalen Ebene natürlich die von dir erwähnten ja externalisierten Sachen da hatten wir auch schon das ist ja dann auch wieder eine Sache die von karl gustav jung aufgegriffen wurde haben wir schon ausführlichst drüber gesprochen also das unbewusst oder das kollektive unbewusste was dann externalisiert wird also alles was sich manifestiert was eigentlich geistig ist wenn man so will aber in der großen Zusammenfassung der der möglichen Erklärungsansätze sind natürlich auch andere Kategorien also wir haben jetzt hier keine genaue Beschreibung des Hauses denn es gibt ja sozusagen paar natürliche Faktoren wobei das jetzt bei dem Backpfeifen geben natürlich jetzt nicht passt aber bei allgemein bei Poltergeist Fällen können Wasseradern natürlich seismische Aktivität Magnetismus irgendwie noch mit reinspielen was sozusagen diese Polter Sachen angeht was ja vielleicht auch manchmal Temperaturveränderung das kommt ja hier auch alles nicht vor und natürlich sozusagen auf psychologischer Ebene dann andere Faktoren also irgendwas von Drogen oder sonstigen wird hier auch nicht gesprochen oder irgendwelchen Stoffen die dass sich die Buchdrucker Gesellen damit in ihrer Runde versorgen und deswegen anfangen irgendwie komische Sachen zu sehen das wird hier auch alles nicht erwähnt und natürlich ja als eine Kategorie die Streiche aber dass in der Beschreibung wie es jetzt hier dargestellt wird würde jetzt sozusagen da am besten zu passen dass diese externalisierten Sachen wenn man sich dann dafür entscheidet für die paranormale Deutung die würden sozusagen da gut hineinpassen in diese Beschreibung ja oder einfach natürlich auch noch dazwischen kann man immer schwer unterscheiden aber es gibt ja auch Leute die einfach von der tatsächlichen Existenz einer Geisterwelt sozusagen und solcher Wesen ausgehen ja das wäre dann natürlich theoretisch auch noch auf Tableau wenn man denn an so etwas glauben möchte ja ich würde sagen wir gehen einfach noch mal wie angekündigt in den zweiten Fall rein den habe ich jetzt als besonders interessant empfunden weil wir haben oft meinem Eindruck nach bei historischen Poltergeist Fällen entweder so wie beim letzten keinerlei weiterführende Interpretation sozusagen keiner hat da geschrieben oder vermutet das sei der Geist des verstorbenen Opas der unglücklich ist mit der Firmenführung oder sowas es wird auch sonst keine Interpretation gegeben man hat einfach die Ereignisse geschildert das hat man relativ oft was man aber auch oft hat sind dann tatsächlich Geister Geschichten die sich so im Laufe des Geschehens heraus kristallisieren wo dann eine interne Erklärung für die Tätigkeit des Geistes auch vorhanden ist und das ist dann halt oft der Geist im Sinne von ein Geist eines verstorbenen Menschen der noch irgendetwas zu erledigen hat also dieses ganz klassische spiritistische sage ich mal Denken und das ist aus meiner Sicht diese beiden Kategorien sind so das häufigste jetzt haben wir hier was was uns ein Wesen vorstellen wird wo die Interpretation aber lautet es handelt sich um einen Kobold also um ein nichtmenschliches übernatürliches Wesen ich will jetzt nicht so tun als gäbe es das nie das ist natürlich auch etwas was auch immer wiederkehrend kommt aber meinem Gefühl nach stolpert man da ein bisschen seltener drüber als über die Annahme dass es sich um verstorbene Menschen handelt und deswegen fand ich das hier besonders interessant also hier haben wir es sozusagen zu tun mit einem Kontakt Szenario zu einer nichtmenschlichen Entität das ist ja immer so mein Lieblingsbereich fast deswegen fand ich den Fall auch besonders schön wir sich also noch mal rund ein halbes Jahrhundert früher als bis eben unsere gute alte Zeitmaschine läuft heiß und wir bewegen uns nach Sachsen um genauer zu sein nach Riesa heutiges Riesa Pau sitzt heute ein Ortsteil von Riesa damals soweit ich weiß noch eigenständig wir erfahren auch wieder wer der Hausherr des Ganzen ist hier schimmert natürlich übrigens auch die frühneuzeitliche Mentalität mit hindurch das eigentlich nur nicht nur frühneuzeitlich auch mittelalterlich und antik dass eigentlich nur der Hausherr interessant ist alles andere sind Nebenfiguren also da ist schon ganz klar wo der Fokus der Kultur lag nämlich beim Mann und zwar ist in unserem Fall der Mann Hans Preußiger ein Viertel Hüfner letzteres muss man vielleicht kurz erklären eine Hufe ist ein Flächenmaß aus der Landwirtschaft das ist regional recht unterschiedlich gewesen was genau sich dahinter dann für eine Größe verbarg aber ein Flächenmaß in der Landwirtschaft und ein Viertel Hüfner ist also jemand der ein Viertel dieses Standardmaßes an landwirtschaftlichem landwirtschaftlicher Fläche bewirtschaftet und dürfte und dürfte tendenziell auch eher ein vermutlich nicht so allzu reicher Mensch gewesen sein das ist nicht ganz so einfach zu sagen weil es regional wie gesagt unterschiedlich war und auch durch die Zeiten durch sich mal verschieben konnte wie viel Reichtum man sozusagen von so einer Hufe und dementsprechend auch von einer Viertel Hufe ziehen konnte und wie viel nicht aber es dürfte in der Tendenz ein nicht so wohlhabender Bauer gewesen sein dem gehen zunächst Nahrungsmittel verloren das ist scheinbar noch so einigermaßen zu vergnusen dann aber auch Wäsche ein Axt und ein Beil und gerade bei Wäsche das muss man vielleicht kurz auch sagen weil es heute nicht selbstverständlich ist heute ist Wäsche Kleidung ein Wegwerfprodukt gewissermaßen billig bis zum Umfallen oft damals waren Textilien sehr teuer im Vergleich also dass Wäsche wegkommt ist dann schon vermutlich für die meisten Zeitgenossen echt eine bittere Sache also nur zum Verständnis Werkzeuge wie Axt und Beil sicherlich auch aber da kann man es vielleicht aus heutiger Sicht auch noch stärker nachvollziehen deswegen nicht eigens erwähnt Ja obwohl hier zu Anfang schon von also man wird sozusagen zu Anfang der Geschichte gespoilt du hattest es ja auch schon erwähnt sich aufhaltender Kobold wird dann erstmal geschildert es wird alles mögliche gestohlen Lebensmittel und so weiter das hattest du erwähnt und dann denkt man sich okay in diesem Kontext auch er selbst ärmlich vielleicht da würde ich natürlich erstmal davon ausgehen noch haben wir ja nichts gesehen oder weitere Beschreibungen erhalten ja das sind dann vielleicht auch dort andere Kinder unterwegs die die das stehlen und er ärgert sich einfach darüber und naja aber er vermutet Menschen also wie bitte er vermutete menschliche Übeltäter sozusagen Streichespieler man muss vielleicht noch sagen die Sachen verschwanden nicht nur sondern sie tauchten an ungewöhnlichen Orten später wieder auf auch das was ganz typisch poltergeisterig ist der Dieb bringt den Kram normalerweise nicht zurück ein paar Tage später in der damaligen Zeit das ist auch gefährlich weil wer beim Diebstahl erwischt wird dem er geht es meist nicht gut da kommt vielleicht unser Scharfrichter wieder ins Spiel wenn es irgendwann zu weit zu viel auf dem Kerrpolz ja also du sprichst was an was ich mir tatsächlich extra als Punkt aufgeschrieben hatte um es hervorzuheben auch hier erstmal eine uns nicht fremde Reaktion natürlich wird erstmal mit dem Naheliegendsten gerechnet und das ist natürlich menschliches Handeln nur um auch mal klar zu machen dass die Leute in der Vergangenheit nicht wie die Verrückten sag ich mal immer automatisch sofort nur irgendwie religiöse oder paranormale übernatürliche Sichtweisen im Kopf hatten wenn Dinge geschahen das war nicht so schon damals ist der der Nachbar der erste Feind hier wobei er hilft ja der Nachbar also sie machen zusammen sie machen ja sozusagen eine Nachbarschaftswehr oder wie das heißt also sie halten Wache gemeinsam und vielleicht auch nochmal um zu unterstreichen dass der Herr Preußiger da sicherlich von menschlichen Dieben ausgegangen ist es wird eigens erwähnt dass er sich einen Spieß und einen Karabiner besorgt Karabiner ist in der damaligen Zeit so ein so 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 eine Mischung aus Gewehr und Pistole könnte man vielleicht sagen Gewehr mit kurzem Lauf mit ganz kurzem Lauf also mit anderen Worten die gehen davon aus er und sein Nachbar offenbar hier treibt jemand sein Unwesen und wir bewaffnen uns und auch hier nochmal der Hinweis man darf sich die Zeit damals nicht so sicher wie heute vorstellen es gab keine Polizei die man mal eben anrufen konnte und die sind in 10 Minuten da es gab sowas ähnliches wie Polizei da musste man aber erstmal hin und bis die dann da waren also das waren alles eher Fragen von Tagen oder mindestens Stunden wenn man jetzt nicht ganz zentral gelebt hat nicht so wie heute und nächtliche Überfälle Raubüberfälle sowas kam alles vor also die Menschen hatten da schon ein anderes Grund Anspannungsgefühl denke ich mal Ja wobei es im Vergleich zur ersten Geschichte auch etwas harmloser in Anführungsstrichen ist natürlich schmerzhaft hier sozusagen sein Hab und Gut zu verlieren aber nicht schmerzhaft im eigentlichen Sinne dass es noch keine Attacken hier gibt auf den Menschen Ne und dass die Tatsache dass die Sachen wieder auftauchen deutet ja auch selbst wenn er trotzdem weiterhin vom Menschen ausgeht deutet das ja auch erstmal auf nicht komplett ruchlose Absichten hin sozusagen also wenn jetzt jemand was klauen will dann nimmt das halt ganz weg wenn jemand irgendwie aus welchen Gründen auch immer einen Mord oder irgendwas begehen will dann wird er sowas wahrscheinlich vorher auch nicht unbedingt machen nur wissen kannst du es halt nicht und wenn du dann wie die in der Situation bist wo du tatsächlich ganz alleine mehr oder weniger für deinen Schutz zu sorgen hast dann denkt man da nehme ich mal an eher so im Sinne von Vorsicht ist besser als Nachsicht also so würde ich das interpretieren nichtsdestotrotz ist es mindestens nervig denn es werden hier auch das fand ich wieder ein hervorhebenswertes Zitat auf einen Moment hier auf die ekelhafteste Weise oder so ähnlich wird das wird das Essen verdorben die Speisen und sozusagen die die Frau oder die die Frau wollte backen und das wird alles verdorben und das schon ziemlich eklig Asche und Kohle in Töpfe geworfen der Teig mit was war das Erde oder so versaut also tatsächlich massives eingreifen in die in die alltäglichen Abläufe und auch das muss man sich nochmal kurz klar machen da gab es halt das Brot nicht auf dem Supermarkt sondern das musste gebacken werden und das kostet Zeit die Wäsche musste gewaschen werden das kostet Zeit also diese kleinen das was uns heute als kleine Streiche erscheint das hat da schon auch nochmal ein klein bisschen drängenderen Charakter einfach weil diese ganzen kleinen Alltagsabläufe nicht so automatisiert sind wie bei uns heute also das kann dann im Zweifel zwar wirklich massive Unruhe hervorrufen solche in Anführungsstrichen Kleinigkeiten aber jetzt zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann noch eher niedliche Assoziationen weil mich das sofort da bin ich sozusagen geprägt von Pumbuckel das hat mich sozusagen da ist das ist für mich der Kobold der da Schabernack treibt der irgendwas verunreinigt der da in der Meister Eder ist da nicht auch ein Bäcker ich weiß es nicht mehr aber irgendwie so das hat mich total daran erinnert und da dachte ich schon hat der jenige der diese Geschichte also das moderne Comic oder wie auch immer die moderne Sendung hat der sozusagen exakt solche Fälle auch als Vorlage schon mal gelesen oder ist das alles so weit also so tritt so häufig auf dass man da jetzt nicht explizit so eine Vorlage brauchte also ich glaube da muss man nur einigermaßen mit der mit den Volkssagen seiner Region vertraut sein das reicht das reicht schon vollkommen weil die Muster tatsächlich stark wiederkehrend sind also ich weiß es nicht was der Autor da natürlich gelesen hat und was nicht aber dieses Bild wie es uns ein Pumukill schildert und wie du es hier auch wieder erkennst das ist ja Kulturgut kann man sagen und findest du eigentlich in jeder Region in den entsprechenden Volkssagen in irgendeiner Form natürlich auch mit Unterschieden aber so in der Tendenz ja aber der ich denke jetzt düstere Plauschicht ein Pumukill aber der wird ja noch ein bisschen da geht es noch ein bisschen anders daher ja also es scheint jetzt der Verdacht sozusagen creepy Pumukill des übernatürlichen langsam aufzukommen und zwar weil der Nachbar der übrigens den schönen Namen Hutemann hat oder hatte weil der Nachbar ihm erzählt dass er etwas beobachtet hat sowohl nachts als auch tags und zwar dass etwas vor ihm hergelaufen als wenn es gejagt würde also offenbar irgendeine Gestalt die sich da rasch durch die durch die Gärten oder die Bereiche zwischen den Häusern wenn es denn der Nachbar war bewegt und einmal hat er dabei auch gesehen dass ja dieses etwas die Gestalt und Kleidung der Ehefrau von Preuska hatte was allerdings er nicht glaubte dass es die Ehefrau tatsächlich war weil er auch gesehen hat wie dieses etwas sich bei einer Gelegenheit einfach quasi verschwunden ist diese Gestalt hat dann aber auch sich entsprechend verhalten nämlich hat sie ja scheinbar verkleidet als die Ehefrau Wäsche geholt ich vermute saubere Wäsche und hinter das Hirtenhaus geworfen also quasi da in den Dreck geworfen also das weitergemacht was der Kobold schon die ganze Zeit gemacht hat nämlich Unfugstiften das habe auch die Nachbars Dienstmarkt gesehen interessant ja die dachte entweder die Frau auswirkt geworden oder oder sie selbst in dem Moment ja wahrscheinlich und sowas gibt es natürlich auch dass Leute damals in der Zeit tatsächlich anfangen sich plötzlich massiv seltsam zu verhalten alles keine Besonderheit der heutigen Zeit hätte wahrscheinlich der Nachbar ja auch vermutet sowas in die Richtung die 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 Nachbarsfrau ist verrückt geworden hätte er nicht das Verschwinden gesehen also so jedenfalls habe ich das verstanden ja ich jetzt ja als äh materialistischer Sherlock Holmes vor Arme hätte natürlich gesagt da wurde der Teig ähm sozusagen da wurde ja auch ungenießbar gemacht und die haben sich irgendeiner Form mit irgendwelchen Speisen selbst vergiftet und haben deswegen angefangen irgendwelche Dinge zu sehen das würde ich mir so so zusammen äh reimen sozusagen bis hierhin ja kann man natürlich ähm schwer irgendwie zeigen dass das nicht so war diese Option besteht tendenziell immer äh zumal später auch berichtet wird dass der Kobold gerne mal zum Beispiel in ein Brot reinbeißt und sie festgestellt haben wenn man das Brot dann danach isst dass man Kopfschmerzen und Durchfall hat äh das wären natürlich gerade Durchfall vielleicht eigentlich eher Durchfall und Erbrechen wahrscheinlich so typische Vergiftungserscheinungen äh im großen ganzen glaube ich an solche Erklärungen übrigens wird ja auch gerne mal äh Mutterkorn ins Spiel gebracht glaube ich an solche Erklärungen für solche Dinge nicht sehr stark denn die Bewusstseinsveränderungen die eintreten vermutlich bei entsprechend schweren nennen wir es mal Vergiftungen das ist normalerweise schon eher auffällig als unauffällig also ich behaupte es ist eigentlich fast unmöglich oder jemanden jetzt langfristig unter irgendeine Substanz zu setzen aus Versehen Vergiftung herbeizuführen die dann solche Halluzinationen erzeugt aber sonst nicht der Person irgendwie bemerkbar wird dass sie gerade ein körperliches Problem hat und es vergiftet ist ja meist der S wenn er das nicht im eigenen Haushalt schon mal ausgetestet hätte natürlich sämtliche Gifte habe ich ausgetestet von daher ja kann ich natürlich muss ich natürlich zugestehen ja das könnte so sein ich würde eher ungern Geld drauf wetten also da da würde ich auch eher einfach psychologisch ausgelöste Halluzinationen und so für deutlich wahrscheinlicher halten weil die eben ohne solche Nebenwirkungen daherkommen können aber okay wo waren wir wo waren wir wo waren wir da die verschwundenen Lebensmittel und ungenießbar gemachten haben wir erwähnt jetzt kommen aber auch noch weitere ganz klassische poltergeist dinge dazu nämlich dass nachts hören sie Schritte wie mit schweren Stiefeln und Sporen die Türen werden nacheinander geöffnet und geschlossen poltergeist activity at its best würde ich sagen der schwester des hausherren wird eines nachts die decke und kleidung vom leib gerissen hier also auch nicht unerhebliche aggressivitäts level inzwischen würde ich mal sagen und jetzt kommt was was wir auch immer wieder finden kleine feuer es tauchen kleine brandherde auf auch das ganz komplett im klassischen portfolio des poltergeist nun wird es aber interessant oder besonders interessant denn jetzt betritt eine weitere Person quasi die Bühne die vorher die ganze Zeit schon da gewesen ist aber nicht namentlich genannt wurde nämlich die 13-jährige Tochter Marie ja wo denken wir sehen kann ab einem bestimmten Zeitpunkt und mit ihm spricht sie hat ihn zuerst in der Ofenhölle sitzen sehen das ist eigentlich meines Wissens nach normalerweise der Bereich sozusagen erklärt man das zwischen Ofen und Wand sie hat ihn sitzen sehen und wir kriegen sogar eine Beschreibung sowas liebe ich immer er trägt ein weißes Hemd mit roten Bändern und Schleifen graue neue Strümpfe alte Schuhe und er hat einen ziemlich großen und ganz platten Kopf mit einem gelben Haarbüschel im Nacken große glänzende Augen und den Kopf zum Rücken hinunter gebogen hier ja also jetzt kein Model Koboid sag ich mal nee nicht so richtig aber man könnte andererseits vielleicht auch sagen ein klassischer Vertreter seiner Zunft also die Beschreibung die wir hier kriegen erinnert ganz stark an Beschreibungen aus Volkssagen zu grauen Männchen Zwergen Kobolden also ich sag mal kleine Geistwesen die oft gewisse Ähnlichkeiten haben wie nämlich zum Beispiel den großen Kopf die großen Augen Stichwort natürlich an der Stelle auch der moderne Grey auch der ja oft mit großem Kopf und großen Augen beschrieben die Kleidung ist jetzt aus meiner Erfahrung heraus nicht besonders also ich habe den Eindruck solche Wesen werden tendenziell entweder mit sehr schicker oder sehr abgeranzter Kleidung beschrieben hier haben wir jetzt allerdings beides zusammen also da gibt es natürlich auch keine Naturgesetze sage ich mal die dafür sorgen dass solche Beschreibungen immer identisch sind aber es ist meistens so dass es gewisse Schnittmengen gibt und dann auch immer ein paar ja ich sag mal individuelle Eigenschaften die dann nicht so oft sich in anderen Fällen wiederholen das gelbe Habischl im Nacken da ist muss man den alten Sprachgebrauch so ein bisschen im Hinterkopf haben das muss jetzt nicht Nacken im heutigen Sinne gemeint sein es könnte auch der Wüschel auch eher noch Sinn machen würde aber auch die andere Interpretation ist denke ich mal möglich ja große glänzende Augen braucht man denke ich nicht viel zu sagen wie gesagt der Grey lässt grüßen Feen Geschichten lassen grüßen Zwergen Geschichten lassen grüßen Geschichte von Wechsel Belgern lassen übrigens auch grüßen ja wollte gerade sagen Kindchenschema wäre vielleicht auch noch mit großen Augen und jetzt der Kopf zum Rücken hinunter ich bin mir nicht ganz sicher wie ich mir das vorzustellen habe aber auf jeden Fall glaube ich wird es eine ungesunde Haltung ergeben keine ergonomischen Stuhl benutzt ne also ein ziemlich hässliches Viech offenbar und das Mädchen ist unsere kleine Marie ist geistesgegenwärtig genug nachzufragen wo der Kobold herkommt und jetzt kommt die nächste interessante Komponente oder sagen wir mal besonders interessante Komponente ins Spiel denn das Mädchen sagt das hätte die Dörrschnitzer Anna vorbeigebracht am kleinen Neujahrstag das ist so um den Mitte Januar herum das ergibt sich irgendwie aus Mondkalendern glaube ich und zwar in einem Handkorb mitgebracht diese Anna war tatsächlich zu Besuch die war eine Kinderfrau oder Amme oder Magd aus der Nachbarschaft sozusagen und hatte den Ruf eventuell nicht ganz koscher zu sein weil ihr Herr gerade verstorben ist und ja da kursierte wohl das Gerücht dass sie ihn vergiftet haben könnte das vermutlich ist ein Gerücht was oft kursierte und wahrscheinlich selten stimmte die war also bei dem Preusker vor Ort zu Hause um mit dessen Schwager eine Nacht zu verbringen und auch hier sehen wir wieder was ich vorhin schon erwähnt habe in der frühen neuen Zeit im Mittelalter da lebt in so einem Haushalt normalerweise ein ganzer Sack voll Leute also um mit dessen Schwager übrigens gegen seinen Willen also nicht des Schwagers Willen sondern des Preuskers Willen eine Nacht zu verbringen die hatten früher im gleichen Haushalt gearbeitet und kannten sich also die ist tatsächlich da gewesen was aber natürlich die Marie sicherlich auch damals mitbekommen hat also es ist jetzt nicht so dass sie da eine hellseherische Information sozusagen herausgegeben hätte ja die hätte den aber auf jeden Fall mitgebracht damit haben wir hier wieder so die klassische Situation dass das Übel einer passenden Person zugeschrieben wird die vorher schon in schlechtem Leumund stand Marie hat den Kobold dann angeblich drei Wochen lang täglich getroffen nur um auch wichtiges Ritual diese geistreiche Unterhaltung wie hier auch zitiert geistreiche Unterhaltung geführt man muss sagen der Autor in diesem Fall ähm der trägt das Ganze mit so einem leicht spöttischen Unterton vor nicht der ist da offensichtlich nicht so sehr von überzeugt was auch Sinn macht das ist eine Publikation aus dem Jahr 1857 Karl von Weber war ein Historiker also ein Archivar eigentlich hauptsächlich also da klingt schon so ein bisschen durch dass diese Geschichte die wir so übrigens in einer Gerichtsakte finden ähm für ihn sicherlich ein Beispiel des Aberglaubens ist und sonst nichts aber machen wir weiter einmal hat Marie wohl auf dem Dachboden das Wesen so sehr erschreckt dass sie ohnmächtig geworden ist oder in irgendeiner Art Trance vielleicht fiel die Eltern hielten sie jedenfalls für tot das Tierchen war aber nicht nur böse zu ihr hat ihr zum Teil auch ungewöhnliches Essen geschenkt und ihr prophezeit dass er ein Jahr bleiben würde und quasi Quatsch machen und auch Feuer legen vor allem wenn man ihnen füttern würde dieses Fütterungselement übrigens auch was was aus Wechselbalk sagen oder in Wechselbalk sagen zum Teil eine Rolle spielt und er machte einfach weiter er machte weiterhin Quatsch hat Milch Milch gestohlen Klamotten ein Hemd von der Tante wiederum gestohlen und dreckig gemacht und ist dann auch noch mal richtig aggressiv geworden als man ihn am Milchnaschen hindern wollte hat er die Kühe mit einer Mist Gabel gestochen und nachdem man diese dann entfernt hatte soll er sich eines Messers bemächtigt haben wurde dann aber von Marie durch durch einen ja durch ein Wort letzten Endes oder durch einen Satz vertrieben auch das gar nicht ganz unüblich diese Wesen sind irgendwie mächtig aber die richtigen Worte sind oft mächtiger als sie natürlich auch das eine alte magische Vorstellung ja und ich beschleunige jetzt hier ein bisschen liebe Zuhörer und Zuhörerinnen weil wir heute Termin nicht ein bisschen enger gebunden sind nicht dass ihr euch jetzt wundert die Kernsachen haben wir aber eh schon am 16. März des Jahres kam dann noch ein Militär nämlich der Oberaufseher von Karlowitz auf Staucher mit sechs knappen wie es heißt um den Kobold zu sehen war wohl recht rüde drohte ihm Prügel an ließ ihm aber auch zwei Münzen da also so der unentschlossene Typ normalerweise macht man es ja andersrum man macht erst den Good Cop und wenn das dann nicht klappt dann fängt man an zu drohen der hat es andersrum versucht ist nicht sehr klug denke immer eine schlechte Taktik wenn man das in der Erziehung anwendet eher ungünstig hat auf jeden Fall nicht funktioniert und er ist wohl wieder abgezogen und der Spuk hörte dann auch hier wieder ohne Datum in diesem Fall allerdings hörte aber einfach von alleine auf wir bekommen leider auch nicht die Info ob es nach einem Jahr gewesen ist ich vermute wenn es nach einem Jahr gewesen wäre sozusagen in der Logik der Geschichte hätten wir diese Information noch bekommen denn da würde sich dann ja ein Kreis schließen da der Kobold das ja angekündigt hatte gleichzeitig wissen wir aber natürlich auch aus Kontakt Geschichten neuerer Art dass die Wesenheiten was auch immer jetzt hinter ihnen steckt zu den Leuten was die so zu den Sagen sich dann oft als Trickserei herausstellt also wäre auch hier dass die Jahresspanne die der Kobold nennt gar nicht verwunderlich wenn es dann doch kein Jahr wird ja aber es gibt noch eine Danksagung an die Kirche das wird hier eine öffentliche Danksagung stimmt als er ihm weggenommen wird sozusagen obwohl das ja nicht wortwörtlich zu nehmen ist auch nicht wortwörtlich wäre dann diese Deutung ist es jetzt metaphorisch umschreibend die Pubertät die Zeit dieses könnte man es auch auf ein Jahr begrenzen oder wäre das nicht passend ist das dann immer so ein typischer du meinst die Gesamtgeschichte sozusagen als Analogie auf die Pubertät des Mädchens ich weiß nicht ob das ein Stilmittel ist was dann auch so wenn man das jetzt das nicht das würde ich eher nicht sagen ja hier haben wir jetzt also die zwei Besonderheiten wir haben den Kontakt mit einer nicht menschlichen Entität und wir haben gleichzeitig klassische Poltergeist Phänomene und dritte Besonderheit wir erfahren auch noch dass sogar jemand im Spiel war die eine zentrale Rolle gespielt hat auf jeden Fall denn die Kommunikation mit dem Kobold lief dann ja über sie ab ausschließlich und die eben auch noch genau in diese in diese perfekte Schablone der Theorie der Fokus Person passen würde gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen naja da braucht man jetzt keine Fokus Person Theorie das war ein Mädchen was diesen ganzen Unfug selber inszeniert hat auf irgendeine Art und Weise vielleicht war sie besonders geschickt oder intelligent oder beides und hat es tatsächlich geschafft da sowohl den eigenen Haushalt als auch noch die Nachbarn zum Teil komplett mit hinters Licht zu führen Ja also auf jeden Fall skurril und ganz anders von der Wirkung her als die erste Geschichte mir persönlich gefällt die erste besser obwohl die zweite hier auch nicht weniger unterhaltsam ist auf eine andere Art und Weise und auf jeden Fall dann eben einen Ticken skurriler Warum fällt dir findest du die erste besser oder also in welcher Hinsicht meine ich Ich glaube da kommt dann doch der der Historiker durch dass ich da sozusagen diese ja die Art und Weise wie das beschrieben ist irgendwie ein bisschen den Leser mehr mitnehmend empfinde sozusagen was da vom Alltag noch geschildert wird aber vielleicht habe ich die auch nur aufmerksamer gelesen kann ich jetzt nicht so vielleicht ist es die 100 Jahre ältere Sprache auch einfach ja die dem ganzen so einen besonderen entsprechenden Anstrich noch gibt so in der zweiten Hälfte des 1900s da ist der Sprachstil ja nicht identisch zu heute aber doch für die meisten von uns recht problemlos lesbar und nicht mit so vielen Auffälligkeiten sage ich mal behaftet wenn man wenn man der Durchschnittsperson jetzt einen Text aus dem 1800 gibt die merkt hundertprozentig dass das nicht Tante Erna vorgestern geschrieben hat ja also das ist wichtig zu erwähnen diese Geschichte ist älter aber später aufgeschrieben nur dass das die Hörer hier nicht durcheinander bekommen ja ja und ich habe natürlich einfach den Kobold mega interessant gefunden auch wie er beschrieben wurde ach hätte ich gerne noch mehr solche Details bekommen aber gut hätte auch gerne mehr über seine Motivation erfahren das ist ja auch interessant selbst wenn man jetzt davon ausgeht dass Mädchen erfindet das oder vielleicht er findet ein Teil von dem Mädchen das und das Wachbewusstsein des Mädchens weiß das vielleicht selber gar nicht sowas soll es ja auch geben selbst wenn das so ist ist es ja dennoch interessant was dann diese Teile sage ich mal der Psyche dann da präsentieren als Inhalt ihrer Geschichte das ist ja nicht zufällig wie gesagt das ist tradiert einerseits andererseits kommen wahrscheinlich persönliche Elemente hinzu aus der Situation heraus und so weiter und so fort also ja ich finde es richtig interessant da sozusagen so das Zusammenspiel von individuellen Dingen und auf breiterer Basis tradierten Informationen sozusagen zu sehen was auch immer man jetzt wie gesagt als Erklärung dafür annehmen möchte ja vielen Dank für diese für das Stürzen in die Archive ja gerne für mich immer noch mit dem befriedigenden Gefühl da jetzt so eine Geschichte ausgebuddelt zu haben und wieder ein bisschen bekannt gemacht zu haben die sonst womöglich kein Mensch mehr interessieren würde oder wissen würde also ich ich empfinde das auch immer ein bisschen einfacher als festhalten und sammeln von von Kulturgut gewissermaßen solche Geschichten Tja und dann ist ja irgendwann ist der der Podcast die Sekundärquelle die Anerkrankte ja genau ja okay alright dann würde ich sagen vielen Dank für dein mitmachen und dein dich durch die durch den Seminarreader kämpfen ja in Fraktur auch noch und natürlich ansonsten in die Richtung der gerade Lauschenden vielen Dank fürs Dabeisein schöne Grüße und ich sag Rheingau Adios Dabeisein 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 Untertitelung des ZDF, 2020